Herzlich Willkommen zu unserem neuen YouTube-Channel. Wir wollen euch ein paar Autos vorstellen, damit ihr mal sehen könnt, was in der RC-Modell-Szene momentan so abgeht oder was gut ist und was schlecht ist. Zaki Productions im Hintergrund, danke an ihn nochmal, dass wir noch ein bisschen Werbung machen dürfen für ihn, dass er uns hier den Raum zur Verfügung stellt. Seine Kamera, seine Zeit, seine Lust und seine Laune natürlich. Ihr seht, Michael ist immer live dabei. Das ist mein virtueller zweiter Freund im Prinzip. Der beobachtet mich, ob ich auch alles richtig mache hier. Gut, genug gequatscht. Deshalb habe ich euch mal einfach ein Auto mitgebracht heute. Das ist mein kleiner Savage, Savage Flux HP an 6s. Über den rede ich heute ein bisschen und erzähle ich ein bisschen, wie in meinen alten Videos auch mal, aber natürlich heute und den nächsten Teil etwas besser. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Lasst mir Kommentare da, spricht mich an, schreibt mir, was ihr gut findet, was ihr nicht gut findet. Abonniert mich, liked es weiter. An alle meine Homies da draußen, die mich schon abonniert haben. Schickt das euren Freunden, bitte, damit wir noch ein paar Abonnenten kriegen. Peace and out. Ich würde sagen, wir machen das Teil mal auf, gucken uns mal ein bisschen die Technik an, reden mal über ein paar Kleinigkeiten, ein paar Upgrades und irgendwann fahren wir auch mal mit dem Teil draußen. Ja, so. So. So.